Ja moin! Einen wunderschönen guten Tag meine Freunde und Freundinnen. Willkommen zu Elitärsten zur Elitärsten. Direkt am Anfang versprechen, das wird ein tolles Video. Elitärsten Unterhaltung auf ganz YouTube. Hä? Wer pfeift hier? Sniper Elite 4. Presse Edition. Oh. Du hast hier rum hier pfiffen, du Assi. Ihr würd nicht hier pfiffen! Hau rein! So also, äh, was? B für Feldstecher. Es ist absolut noch nicht das fertige, das fertige Spiel. Sprech mir doch nicht dazwischen, ich hab ihn doch schon ausgewählt. Was muss ich denn machen? Achso. Hallo. Hallo. Kann ich das hier auch markieren? Ach guck. Ah, ich verstehe. Wie kann ich meine Waffe auswählen? Wow. Oh. Äh, danke. Ich weiß, was ich machen muss. Fickt euch. Oh yeah. Bam, Junge. Dazu sag ich mal, ach du heiliges Kanonenrohr. Doppelkill. Oh yeah. So, was haben wir hier alles Schönes? Jo. Kann ich irgendwas aufsammeln oder so direkt? Nee. Okay. Ich denke, das hier ist sowas wie das Tutorial-Level. Ja, auf jeden Fall. Einführung. Okay. Springen. Hoi. Hoi. Okay. Okay, haben wir. Ist da jetzt soweit alles frei? Ich hoffe. Das Ding ist... Okay. Das Ding ist, ich spiele ja... Wow. Wow. Oh. Entschuldigung. Die Wand hat mich angegriffen. Äh, ich spiele ja normalerweise keine Singleplayer-Spiele, aber ich dachte, weil ich ja so gerne Sniper spiele, ist das hier was für mich. Und ich fand Sniper Elite 3 auch schon ziemlich geil. Fallen lassen. Wie sieht denn das eigentlich aus? Oh, geht, ne? Also, die Grafik ist okay. Ist jetzt nicht so ultra-Weltklasse, aber es ist stimmig auf jeden Fall. Oh, geil. Ach, warte. Ich sag's. Schätze, ich habe alles eingesammelt. Nein, ich war doch hier noch gar nicht dran. Mein Charakter hat aber auch wirklich eine absolut krasse Stimme, oder? So eine richtige Killer-Stimme, ey. So, ist hier irgendeiner? Nein. Ey, was macht ihr denn hier? Voll viel Zeug liegt hier rum. Was ist das denn? Kiste durchsuchen? Warum liegt hier Stroh drin? So. Ja, gut. Kurz eine Runde aufwärmen. Ich, ich muss es testen. Okay. Sehr gut. So was muss man einfach immer testen. Genauso, wie sieht das aus, wenn man ins Wasser schießt? Egal. Noch nicht das finale Spiel. Das wird sicherlich noch verbessert. Ganz sicher. So, was ist hier los? Im Blattwerk und im Schatten bin ich schwerer auszumachen. Okay, das sollten sich einige YouTuber auf der Trendseite vielleicht auch mal durch den Kopf gehen lassen. Was habe ich hier noch alles? Steine. Achso, kann ich den werfen, um irgendwie... Womit werfe ich denn? G? F? Oh, Tatsache. Ich hoffe jetzt, da war keiner. Ich habe eine Schallgedämpfte. Ich erschrecke mich manchmal vor den Sounds. Es ist absolut laut. Ich verstehe mein eigenes Wort nicht, obwohl ich, äh, Monitoring anhabe. Also, äh, ich muss auf jeden Fall später nacheditieren. Ansonsten hört ihr mich null. Drücke C und... Okay, wie kann ich denn... Steuerung ist zielen. Ah, C gedrückt halten. Okay. Okay. Äh. So, ab ins Blattwerk. Drücke M. Irgendwas mit Karte. Okay. Töten, 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 töten. Oh, warte, da war noch... Sichern, zerstören. Ach, kann ich. Leertaste ist meine Position. Okay. Habe ich somit. Leitsteller Ende. Was? Okay. Ist der Turm da frei? Äh, ist das nah ran gesoomt hier. Okay, nice. Der Turm ist ein guter Aussichtspunkt. Ach, was? Ja, gut. Was geht da so? Oha. Wow. Scheiße. 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 Ich, äh... Ich gehe. Ich wollte hier hoch. Hallo? Oh. Oh Mann, ey. Fast schon wieder verkackt hier. Oh. K98? Ja, geil. Tatsache. K98. Äh... Nehme ich. So. Was haben wir hier noch? Okay, nice. Ich bin auf den Multiplayer sehr gespannt. So. Gott sei Dank hat mich hier keiner gesehen. Oder? Ne. Ducken. So, was haben wir denn hier? Wo ist mein Feldstecher? Mhm, 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 mhm. Ah. Ja, duck dich. Alles markieren. So. Okay, okay. Also gerade ist ja das Flugzeug über uns hinweg geflogen. Das heißt, äh, wir müssten wahrscheinlich jetzt warten, bis das nächste kommt, damit der Sound vom Flugzeug den Sound vom Schuss übertrumpft, sozusagen. Warte, ich markiere dich gerade. Ach, leck mich. Moment, ich hatte die schon... Okay. Äh... Noch ein LKW. Da kommt noch einer, der war locker gerade irgendwie pinkeln. Okay, was haben wir hier noch überall? Was soll die Kamera? Was für eine Kamera? Ach, die Kamera? Ach, der macht YouTube-Videos, Alter. Bleib mal locker. Ach, Propaganda. Easy. So. Jetzt haben wir den noch richtig markiert. Ach, da oben ist wieder so ein... Ich-schieß-dich-ab-Seil. Oh. Ach, was? Warum ihr willst, wenn dann dein Partner? Egal. Äh... Ich glaube, wir haben alle markiert, oder? Alle in Reichweite. Oder? Haben wir alle markiert in Reichweite? Was ist das denn da? Noch ein Laster. Okay. Äh... Na gut. Ich glaube, das könnte hier gleich ganz schön knallen. Oh, da ist noch einer. Tada. Okay. Ähm... Kommt jetzt hier auch nochmal so ein Flugzeug, oder eher weniger? Ich warte jetzt einfach mal. Ich hoffe. Ja, Flugzeug? Nein, das war zu weit weg. Nein, das war zu weit weg. Warum ist der Typ nicht mehr markiert? So. Wo bleibt das Flugzeug? Und... Und Freundinnen, ihr dürft mir natürlich gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr auch Bock habt auf einen Multiplayer oder eventuell sogar auf weitere Videos. Ich bin ja, wie gesagt, nicht wirklich so der Singleplayer-Spieler. Aber ich dachte, hier kann man irgendwie mal eine Ausnahme machen. Äh... Also, wie gesagt, einfach in die Kommentare. Oder halt wirklich, es ist kein Daumen-Gebettel oder so, aber ihr könnt es mir halt wirklich damit zeigen. Deswegen könnt ihr auch einfach einen Daumen reinknüppeln, wenn ihr zu faul seid zum Schreiben oder so. Ähm... So. Ich warte jetzt noch einen kleinen Moment. Ich werde auch einfach nicht cutten. Ich lasse das einfach so laufen, damit ihr das mitbekommt. So, wisst ihr? Full Spoiler und so. Aber irgendwie kommt da gerade nichts. Oh, doch. Oh, ne. Das war auch schon wieder weiter weg. Ich hab keine Zeit für sowas. Ich bin Schniper und kein Camper. Ist eigentlich manchmal sogar das Gleiche, aber... Ich habe für sowas einfach keine Zeit. Aber ich möchte jetzt natürlich nicht sofort meine Position preisgeben, ne? Oh. Nehmen wir noch kein Flugzeug. Ey, das ist doch kacke. Hier flog doch gerade eins drüber. Hier muss doch nochmal so ein Flugzeug kommen. Das muss doch in der Spielmechanik drin sein, oder nicht? Egal. Völlig egal. Ich hab einfach keine Zeit. Oh, warte. Ich höre was. Mann! Hm. Okay. Was erschießen wir denn? Wen oder was? Scheiße. Ich wollte gerade sagen, das hätten wir nach einem Unfall aussehen lassen können. Aber der ist schon wieder weg. Okay, Freunde. Okay. Ich muss mich konzentrieren. Flugzeug. Verdammt. Ähm. Ähm. Hä. Alle so voll im Video gerade. Schieß doch. Schieß doch. Schieß doch. Okay, wir nehmen einfach den Offizier. Dann haben wir unser Hauptziel schon mal fertig, oder? Toll. Jetzt ist er hinter einer verkackten Mauer. Ah, okay. Er kommt wieder. Nee, ich will da warten. Ich weiß nicht. Ich glaube, das Spiel stellt mich auf eine Geduldsprobe. Versteht ihr das? Es muss durchdacht sein. Jeder Schuss muss gut durchdacht sein. Man kann hier nicht einfach drauf losschießen. Das funktioniert so nicht. Immer noch kein Flugzeug. Jetzt reicht's mir. Ich glaube, der ist durch. Augenschuss. Na gut. Sie haben alle etwas gehört, aber... Man sieht mich noch nicht. Oder? Ich glaube, der Feind sucht mich, aber er weiß nicht, wo ich bin. Hihihi. Ja, stimmt. Sonst würde er halt auch nicht suchen. Wenn ich jetzt von hier oben aus schieße, dann wissen die auf jeden Fall, dass ich hier bin. Auf jeden Fall. Alles klar. Ah, alles klar. Okay. Gut, dann kann ich ja wieder, wa? Was ist jetzt mit dem Typen da? Ach, der ist unwichtig gerade. Was ist hier mit den beiden YouTubern? Die könnten wir weghauen, oder? Aber wenn ich den da weghau, dann weiß der daneben sofort halt Bescheid. Das ist ein bisschen doof. Steht hier keiner bei? Nee. Okay. Ähm. Wir nehmen doch den Typen da hinten. Oh, warte. Oh, warte. Ja, lauf weiter. Lauf weiter. Hihihi. Lauf ruhig weiter. Ganz genau. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Oh, yeah. Hui. Es sieht so unglaublich geil aus. Oh, yeah. Ja, hoppla. Das, äh. Das tut mir leid. Da wissen sie alle wieder Bescheid. Guck mal, da rennt noch einen, den hatten wir gar nicht markiert. Aber okay, warte. Ich verstecke mich wieder. Ich verstecke mich. Es macht Spaß. Es macht wirklich einfach Spaß. Ich lade mal nach. Man kann ja nie wissen. Also noch hat uns wirklich keiner entdeckt. Das ist echt komisch. Weil ich meine, hier ist halt ein Sniper-Turm so. Feind sucht. Okay. Also wenn ich jetzt hier irgendwie stationiert wäre und man hätte mir gesagt, ja hier, der ist super zum Sniper-Turm, der ist super zum Snipen. Ich meine, hier stand immerhin ein K98. Dann würde ich doch mal gucken, wenn ich nicht weiß, woher die Schüsse kommen, oder? Also das ist irgendwie so. Naja. Ich spiele im Übrigen auf normal. Also ich wollte es mir einfach angucken halt, ne? So ein bisschen so durchrennen und so. Okay. Ich kann mich hier so ein bisschen im Kreis drehen. Das ist Training. Okay. Ich glaube, wir können wieder, oder? Warte mal. Die stehen da gerade alle so schön nah am LKW. Und ich glaube, damit zerstöre ich auch direkt die Kamera. Ist der tot? Der ist tot. Kopfschuss. Ich wurde gesehen, oder? Oh ja, ich wurde gesehen. Deckung aufgeflogen. Leck mich. Von wo? Von wo wurde ich gerade beschossen? Hallo? Oh. Habe ich mich erschrocken. Okay. Da wurde ich zuletzt gesehen. Warte. Wir können aber noch einige Sachen hier einfach kaputt machen. Oder den einfach nochmal killen. Was? Fuck. Jetzt aber. Stehen bleiben. Ich muss unbedingt wissen, von wo ich hier beschossen wurde. Ich werfe noch einen Stein. Vielleicht. Vielleicht. Und so. Warte mal. Hier sind überall noch Leute. Moment. Den da hinten. Den. Ach Mann. Jetzt steht doch nicht auf. Digga. Chill doch ein bisschen. Oh. Warte. Kommen die jetzt alle hier hoch? Das wäre jetzt lustig. Kommen die jetzt nicht hier hoch? Doch. Oh scheiße. Ich habe gedacht, ich könnte mehrfach abdrücken. So. Ich hatte doch hier so eine Art Granate. Oder? Hatte ich hier... Ja. Ja. Guck. Ja. Guck. Warte mal. Wenn ich so in diese Richtung ungefähr werfe, so... Hui. Scheiße. Keinen getroffen. Jetzt eine Ego-Perspektive. Ah. Gott. Aua. Warte. Nochmal. Ich habe noch einen Versuch. Oh. Ne. Ich mag sowas gar nicht. Sobald ich aime, ist es irgendwie langsamer. Oder es kommt mir nur so vor. Warte. Aua. 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 Ha. 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 Ich komme hier nicht raus. So eine Scheiße. Äh. Warte mal. Sind die so blöd und hören auf einen Stein oder was? Da. Ähm. Da. Da. Hier mal da gucken. Hier. Da ist der Typ. Er guckt so hoch. Und sieht einfach nur so einen Spacko da die ganze Zeit Steine aus dem Turm werfen. Alter. Ich würde mich allein deswegen schon leben lassen, weil es so doof ist. Ach Mann. Wuh. Den habe ich aber nicht getroffen. Alter Scheiße. Ich komme hier nicht raus, ey. Warte mal. Ich habe doch eine Tommy Gun dabei. Ähm. Ich habe hier, glaube ich, wirklich ein ganz kleines Problem. Aua. Ha. 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 Ähm. Ja. Gut. Freunde. Spielt das am besten nicht so, das ist kacke. Ich wollte das nur gesagt haben. Warte mal. Muss ich mir ein Medikit nehmen oder was? Muss ich... Wie? Jetzt im Ernst? So Medikit und jetzt? ach wart ja gut finde ich gar nicht mal so verkehrt dass sich die energie nicht wieder auffüllt einfach fallen lassen ist das schön so zum looten habe ich keine zeit wenn man sprintet kann man nicht wirklich strafen nur dass ihr da auch schon mal bescheid wisst wo dat denn ach da warte willst du mich verarschen troffen geil er klettert hoch ich runter wie gut habe ich eigentlich die kamera zerstört ja warte ok er hat geschossen aber von wo schießt dieser sniper ist das ein sniper ne ne oh wenn wir den gleich kriegen alter holy shit warte komm her auf jeden fall kein sniper er warte warte ich habe steps gehört ich höre steps alter halten die viel aus okay was ach ja da ist meine position bekannt ich muss hier weg kann ich mich nein ich wollte entschuldigung ich hänge einfach nur so ist das dumm au 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 ich habe hier echt ein scheiß problem warte doch mal ja jetzt kommt ein flugzeug klasse alter okay okay vielleicht können wir dahin nur vielleicht aber es wäre nice ich glaube da oben ist keiner oder ist da einer man weiß es nicht was hat denn hier was kann ich hier mitmachen hat übertönen ach wart das ist natürlich geil okay freunde wir sehen wieder im business das problem ist die wissen jetzt alle bescheid ist klar oh man oh man oh man oh man oh man treffe ich so den tank ich versuche es einfach mal schuss war übertönt okay auf jeden fall haben wir jemanden damit weggeholt das ist schon mal klar hauptsache jetzt kommen die ganze zeit auf flugzeuge weißt du ist doch quatsch so übertöne übertöne komm schon komm schon komm schon komm schon hat er überlebt alter ich wollte schon sagen so nicht okay eben nachladen ohne witz ich lade das einfach komplett ankert hoch da habt ihr auf jeden fall direkt einen richtig geilen einblick vom game oder waren da nicht irgendwie noch zwei oder so jo da du alter sack du pass auf kollege natürlich 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 ich weiß nicht ob ich den so treffe der ist irgendwo hinter schuss gehört scheiße okay aber es ist auch cool zu wissen was man alles so falsch machen kann das ist also wirklich nice schuss gehört fuck den hat er nicht nur gehört alter ist das geil ey feind sucht okay warte ich verstecke mich eben immer noch keine ahnung ich muss mir hier so ein bisschen rumgucken wow moment das ist aber ganz schön nah das ist wirklich ganz schön nah sie kommen hier immer näher kacke kacke ach du kacke ey wir sind jetzt gerade sozusagen unter mir aber ihr seht das ja ihr habt ja eine minimap ich glaube ich sollte einen stein werfen geräusch gehört okay nice ich werfe noch einen ich dachte ich hätte beide aber das stimmte wohl der winkel nicht so ich habe hier gerade was oh oh ist das geil so aber ansonsten wird das video extrem lang ich denke der schuss war ein schöner abschluss schuss schreibt mir in die kommentare wenn ihr mehr sehen wollt daumen nach oben wenn ihr bock habt ansonsten nehmt nicht ist ja wem wir euch überlassen haut da rein bis dahin ciao und denkt dran es ist nicht das finale game